Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nur kurz haben wir zusammen gesprochen, mir war klar, dass ein Gang noch will. Gleich darauf haben sie durchgesagt, dass ihr Zug jetzt geht. Durchgesagt auch zwischen uns, hoffentlich nicht für immer. So vieles hätte ich gerne noch gesagt. Gestern bin ich durch den Bahnhof gehoffen. Du glaubst es nicht, wer ich da hat getroffen. Sie steht wie ein Engel vor mir. Sie hat die rote Jacke und ein goldiges Lachen. Ich tue noch nicht sehen, was ich soll machen. So wie dann, in diesem Sommer. Die Tür geht zu und zwischen uns, hoffentlich nicht für immer. So vieles hätte ich gerne noch gesagt. Gestern bin ich durch den Bahnhof gehoffen. Du glaubst es nicht, wer ich da hat getroffen. Sie steht wie ein Engel vor mir. Sie hat die rote Jacke und ein goldiges Lachen. Ich tue noch nicht sehen, was ich soll machen. So wie dann, in diesem Sommer. Und gestern bin ich durch den Bahnhof gehoffen. Du glaubst es nicht, wer ich da hat getroffen. Sie steht wie ein Engel vor mir. Sie hat die rote Jacke und ein goldiges Lachen. Ich tue noch nicht, was ich soll machen. So wie dann, in diesem Sommer. Sie hat die rote Jacke und ein goldiges Lachen. Ich tue noch nicht, was ich soll machen. So wie dann, in diesem Sommer. Ich tue noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020